Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute der Gewinnspielauflösung zu Mortels Album Rakai. Genau einen Monat ist es her, am 6.11. Äh, 6.11. sag ich schon, am 6.10. natürlich, habe ich dieses Video online gestellt. Mortel Rakai Box Unboxing plus Gewinnspiel. Wir haben heute den 7. November, mittlerweile 16.37 Uhr und gestern um 23.59 Uhr hat das Ganze ja geendet. Wir werden uns jetzt hier den Link kopieren. Ich habe gestern um 23.59 Uhr das Video nochmal gecheckt. Da hatte ich 33 Kommentare aufscheinen. Jetzt schauen wir mal, wie viele es sind. Alles klar, es sind immer noch 33. Sehr gut, sprich seit gestern 23.59 Uhr ist kein Kommentar mehr dazugekommen. Wir arbeiten hier wieder mit dem YouTube Random Comment Picker und das Ganze sieht so aus, hier werden wirklich nur Unique Comments berücksichtigt. Bedeutet, pro Person, pro Kanal wirklich nur ein Kommentar. Also auch wenn jetzt jemand 10 oder 20 Kommentare verfasst hätte, die Gewinnspielchancen bleiben dieselben. Sprich, bei jedem wird wirklich nur ein Kommentar berücksichtigt. Okay, dann haben wir hier die 33 Kommentare und wenn wir jetzt hier auf Start klicken, wird uns der die Gewinnerin ausgewertet. BeK, alles klar, mein Lieblingstrack ist BGS, Parallelgesellschaft. Ja, auf jeden Fall ein starker Track. Jetzt schauen wir mal ganz kurz in das Video, in die Kommentare, ob wir diesen Benutzer, diesen Kommentar auch finden können. B.K. Jawohl, da haben wir ihn. Jetzt schauen wir noch kurz auf den Kanal. Ich befürchte nämlich, also ich sehe es jetzt hier leider nicht, dass, ah doch, Abos, sehr gut. Mein Fehler sind da. Alles klar, sehr schön. Also, die Abos sind auf öffentlich gestellt und der Kanal ist abonniert, wie ich sehe. Das heißt, die zwei Voraussetzungen des Gewinnspiels sind erfüllt. Zum einen eben, dass das Kanalabo hier zu sehen ist und zum anderen eben, dass ein Lieblingstrack oder eine Lieblingsline von Mortel geschrieben wurde. Das wurde beides erfüllt. Bedeutet, B.K., du bist der Gewinner, die Gewinnerin, je nachdem. Ich kenne dich ja leider nicht. Diese wunderbare Box ist noch verschweißt und original verpackt. Diese würde ich dir gerne zuschicken. Unter diesem Video in der Videobeschreibung packe ich dir dann die Kontaktadresse rein. Per E-Mail bitte einfach melden mit deinen Kontaktdaten, wohin ich das Ganze verschicken kann. Und dann kriegst du die Box von mir zugeschickt. Zugeschickt. Ja, das war's für heute. Herzlichen Glückwunsch, B.K. Und das nächste Gewinnspiel startet schon am 10.11. Nämlich das Gewinnspiel zu Safirs neuem Album Neudeutsche Quelle. Alle, die nicht gewonnen haben, ja, seid bitte nicht traurig. Eventuell beim nächsten Gewinnspiel. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Passt auf euch auf. Ciao.